Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Need for Speed Trivals. Und ja, wir sind hier dabei eine Speedless auszuwählen und ich habe mich für die Rennen entschieden. Ich finde hier am geilsten, also wir müssen 2 mal Gold in einem Rennen gewinnen, einen Racer zerstören, Schockballentreffer gegen 3 Racer und dann noch Slamme 5 Racer von der Seite. Ja, ganz normal. So, wir haben hier unseren geilen Ferrari 458, Spoiler, nicht vergessen. Und ja, ich habe ein bisschen gemerkt, dass in den letzten Folgen so ein bisschen so... Also soll ich... Also ich... Soll ich mir den nehmen? Soll ich mir den kaufen? Also wir haben 840.000 Speed Points. Ich meine, das ist eigentlich nicht so gering. Komm, ich mach's einfach. So, dann haben wir mal den McLaren hier. Im schönen Gelb. Das werden wir natürlich ändern. Was gibt's noch? Ich finde ihn in Orange eigentlich geiler. Es gibt noch dieses Braun, das ist auch ziemlich geil. Aber in Orange ist ja so, dass es dieses McLaren... Orange... Orange... Orange. So, dann haben wir noch Schwarzfelgen. Ich will die noch dunkler machen. Okay. Ob sich da was getan hat, keine Ahnung. Was haben wir hier? Sunstroke. Das ist geil. Das sieht eigentlich... Okay, viel ändert sich der jetzt nicht, aber Countdown. Oh. Aber das ist schon geil eigentlich. Schüttel. Who need? Sunstroke. Kaum daumen nicht. Aber mein Dings... Ja, geht doch. So, dann verfolgen wir uns nicht. Wir haben eine Schockwelle. Ganz genau, das brauchen wir. Zack. Und wir brauchen... Wir müssen einen Racer zerstören. Okay, das machen wir mit dem EMP. Ist am besten. Finde ich geiler, eher gesagt. Und das machen wir auch. So. Wir müssen zwei Gold in den Render machen. Gut, das machen wir. Pacific Woods. Wir kommen. So. Hoffentlich wird das jetzt nicht zu laut. Ich weiß es nicht. Weil, als ich letztes Mal so gesehen habe, war das schon ein bisschen leise. Ja. Weil nicht so prickelnd eigentlich. Also auf 1, 2, 24... Ich weiß es nicht sogar. Ernsthaft, weil... Ach, das geht voll klar für euch. So. So. Erster... Wenn wir erster sein wollen... So. Wir fahren. Wir fahren. Wir haben 6,6 Kilometer. 6,5 Kilometer noch. Wir haben 10 Kilometer zu meistern. Neu Kilometer nur. Das war schlecht. Ich dachte, ich mache das im Drifter. So ein Auto. Ich habe mich eher auf die Anzeige gelegt. Ja, driften kann er. Das merkt man. Ich habe die Anzeige gelegt. Da war die Anzeige gelegt. Ja, ja. Ja, da muss man aber aufpassen. Die Anzeige sind so ein Zuperstick mit da. Ich habe mir das ja schon Sack. So. Sack. Uh. Das ist so schlecht. weil wir wissen schon die neuen allen mann als 18 ja ja mehr bock als als auf den mclaren ist es ist nicht so dass er schlecht ist aber ist geil ja so los verfolge mehrere sehr schnelle Fahrzeuge aus Pacific Woods vermisse Hilfe aller Einheiten in der Nähe Ah, ich hab ja unten ja untergelegt Okay Keine Gefahr Jagen Das war, habe ich ein bisschen nach vorne gepusht, aber na gut Wir werden machen, ne Warte, doch Gold vielleicht, ne Also super Warte, was ich damit finde Na, wir gehen, komm Habe ich denn ernst Alter, wie lange ich das nicht mehr gespielt habe Alter, das Auto, das kann man nicht so richtig Das ist so ein bisschen komisch Fucking Einer an, bitte Ich bitte dich Okay Komm mal raus Oh nein Nicht dein Ernst, müssen wir diese gleich nochmal machen Nein Nicht dein Ernst Komm schon Ich werde das nicht mehr schicken Warte, ich Ich Hinten Ich Hinten zu stören Ich muss ja ein Racer zu stören Nein geht doch doch wir haben alles gemacht jetzt müssen wir nur ganz schnell 80 scheiße 80 scheiße 80 scheiße warte dps ist versteckt und ganz schnell weg ganz schnell Was ist das? Los. Ach stimmt. Ganz genau. Was ist denn da vorne? Nein. Alle Einheiten werden zerstört. Mit ihren Autos von Über-Einheiten melden. Los. Wir fahren zum Versteck. Komm, diese Route kann ich entfernen. Scheiß einfach drauf. Ich finde, diese Route ist am Ganzen hier. Aber eine Route. Warte, kann ich nicht kommen? Das wäre ja eigentlich ziemlich geil. Wehe, der sieht mich. Wehe, er sieht mich. Komm. Dann komm, Mann. Oh je. So, allein damit. 69.000 SP ist schon nicht schlecht. Ja. Haben wir schon mal... Die ganzen Sachen... Die Verfolgungstechnologie haben wir schon abbezahlt. Jetzt müssen wir nur das Auto abbezahlen. Ein Drittel würde ich mal schätzen. Haben wir schon abbezahlt. Und so. Wann haben wir den? Ach, da ist der. Ah, der ist schon geil, Alter. Aber der F12 ist geiler. Ja. Mal gucken, wie das so sein wird, ne? So. Also, Gold habe ich jetzt nicht gekriegt für das denn. Das ist ein bisschen Scheiße. Aber lass mal alles mit das denn einfach machen. So, jetzt muss ich mich jetzt nicht konzentrieren, dass ich die Typen da weghauen muss und so weiter. Drei Punkte haben wir schon mal von der Speedless weg. Jetzt müssen wir ja nur... die zwei Rennen machen. Das ist dann alles. Ja. Dann los. Los, Need for Speed. und machen jetzt. Mach es. Come on. Come on. You can do it. You can do it. You can do it if you can. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it if you can. Ach, so. denn hat zwar nur einstellen aber das juckt mich nicht die Autos sind eh genau so sehr schön 8 km haben wir zu fahren 8 km jetzt 6 Kontrollpunkte schade ich dachte ich aber na gut man kann ja ein gehalten scheiße los mit dem Meer nein lass es kein SR zack wir sind immer noch aufgeladen ich weiß es nicht dann kriege das wir keine Antwort haben und tschüss haha das war ein Fehler so hier die Kurve wird schon schön da ist Polizei wer hätte es gedacht in einer scheiß Ecke ist die Polizei los du schaffst das wow wow boah der Ferrari ist eben die beste alter viel besser die zieht auch so wichtig ok benötige Unterstützung bei Verfolgung mehrerer Racer auf Driftwood Heiz Zentrale bitte melden da links würde ich irgendwie mal nicht fahren so so ist die Aufnahme da ist die Aufnahme das ist genau die richtige Lautstärke für euch ist ja los man wie läuft das blöd du muss ich schaffen los vamm schau'n juhu bitch unentkommen noch dazu. Perfekt, ist geil. Jetzt müssen wir noch eine Venn suchen. Events. Ne, das war das gerade eben. Ja, ne, also. Oh nein. Was? War eigentlich nicht was? Schau mir die Speedless noch. Ja, wir schaffen es. Ja, wir schaffen es. So, das ist locker. Neuern. Map gucken. Wo ist das? Wo können wir hin? Wirklich? Gut, da fahren wir halt hin. So, da fahren wir halt hin. Wie gucken wir mal, ein Kilometer ist nicht viel. Oh, hier kann man, oh, Drift Valley nenne ich das. Ich habe so einen Namen überlegt. Weil es echt geil hier. Weil es gibt so geile Kurven hier. Weil es sind so geil. Ja. Oh, da ist Speedso. Oh, hier war ich noch nicht. Weißt du so? Also ich meine, so eine Kurve ist echt geil. So, wo man sich hier so dazwischen geht. Das ist schon geil. Das ist schon geil, eigentlich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Weil Nico Studios ist gut. Oh, der Nico. Also die Kontrolle mit diesem Auto ist wirklich sehr, sehr hoch. Das gebe ich auf jeden Fall einfach ehrlich zu. Aber der Rest? Ich weiß es nicht. Er hat den nicht so tief beschleunigt, wenn ich halt heute. Zack. Neuer Rekord. Das ist echt, das ist echt Fun, Alter. Und los. Und da ist schon das Nennen. Nur andersrum. Und los. Last Stadium. Und da kommen schon alle. 4,2 Kilometer. Das heißt, wir machen die Strecke zurück, die wir gerade gemacht haben. Und die kennen wir. Also. Also los. Und den kann man richtig geil vorbegeben. 4,3 Kilometer. Ach, 3 Kilometer. Das machen wir an. 45,3 Kilometer. Ich freue mich an해 Das ist nicht viel. Mal zu nebenbei. So, geht das. Festig. Mein Sieg. Nein. Was ist mit dem? Egal. Nein, nicht dein Ernst. Nein, nein, Mama, nein. Nein. Ja, Goldwitsch. Nein, ich will keine. Ich will das Verbrunnen annehmen. Ich will einfach nur. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause, Mann. Wow, Alter. Ja, ich... Verpiss dich. Das ist ein 177, oder? Alter. Ich kann nicht. Ich kann driften. Es gibt... Es gibt es doch nicht. 110, ach komm. Scheiß drauf. Wir gehen einfach rein. Ist unsere Mission, das machen wir. Ja, wir schaffen das irgendwie schon. Ne. So. Racer kaufen neue Wagen. Speedpoints. Kein. Wusste ich nicht. So. 110.000 Speed. Rang erhöht. Lackierung, Verfolgungstechnologie, Leistungabspiel. Und neuer Wagen. Was ist das für einer? Guckt selber. Ganz genau. Und fort, GT. Da war richtig geil. Und... Kapitel 5. Schafsfeld. Die Bundespolizei sollte die Straßen sicherer machen. Aber sie sind gefährlicher geworden. Gefährlicher für uns. Und gefährlicher für alle, die ins Kreuzfeuer geraten sind. Viele Racer werfen das Handtuch. Aber eine neue Gruppe ist aufgetaucht. Ihr Anführer hat den Decknamen Fate. Keiner weiß, woher er gekommen ist. Aber er hat alle Racer offen herausgefordert. Das Land ist auf die Stadt aufmerksam geworden. Und wer sich einen Namen macht, steht im Rampenlicht. Rivalen zeigen uns, wer wir sind. Rivalen zeigen uns, wo wir in der Nahrungskette stehen. Fate will mir zeigen, wo mein Platz ist. Aber ich werde... den Spieß umreinen. Naja, gut. Fate ist da draußen. Irgendwo. Okay. Was haben wir? Gewinnen zwei Kopf-an-Kopf-Events und Gold bei zweimal Zeitfahren. Das VRT wird mit uns im Mittelpunkt stehen. Gut, das ist eigentlich scheißegal, was ich nehme. Also nehme ich einfach das hier. So, Leute. Das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, weiterzumachen. Also, Leute. Ich sage nur damit... Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe mal, dass ihr diese Folgen weiter seht. Und weiter sehen werdet. Und ja. Ihr sagt nur Tschüss, Kids. Bis zum nächsten Mal. Euer Review. Peace. Vielen Dank.